Süße Nachrichten von Marlin Lohse 38 Die Schauspielerin wurde dank ihrer Darstellung in deutschen Produktionen wie Club der Roten Bänder, Frau Ella oder auch Nord bei Nordwest berühmt. Auch im Privaten läuft es für die gebürtige Soltauerin rund. Im vergangenen Sommer heiratete sie ihren Partner maximal. Nun wollen die beiden ihre Familie offenbar sogar schon erweitern. Marlin ist zum ersten Mal schwanger. Die Baby-News bestätigte nun ihre Agentin gegenüber Bild am Sonntag. Dabei verriet sie, ja, es stimmt. Im Herbst soll das Kind zur Welt kommen. Der werdenden Mutter als auch dem ungeborenen Nachwuchs gehe es soweit gut. Nähere Details, wie etwa das Geschlecht, wollen Marlin und ihr Ehemann derzeit aber noch nicht verraten. Die 38-Jährige selbst hat sich zu ihrem anstehenden Familienzuwachs noch nicht geäußert. Auch im Netz hält sie sich bedeckt, was ihr Privatleben angeht. Auf ihrem Instagram-Profil sind nur wenige gemeinsame Fotos mit Max zu finden. Denkt ihr, die beiden werden sich noch genauer zu ihren Baby-News äußern? Stimmt ab!